Kinder, ich freue mich ja riesig. Der Onkel Edward aus Benschen, der kommt auch wieder nach Berlin. Ja, der hat ja noch einen Großartiger. Da, 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 da. Der Onkel Edward aus Benschen, der ist der Beste aller Menschen. Er hat ein dickes, dickes, dickes Portemonnaie und darum freue ich mich, wenn ich ihn sehe. Der Onkel Edward aus Benschen, der ist so gut wie ein Papa. Und wenn er kommt, dann rufen alle Menschen, der Onkel Edward ist wieder da. Und wenn er kommt, dann rufen alle Menschen, der Onkel Edward ist wieder da. Und wenn er kommt, dann rufen alle Menschen. Und wenn er kommt, dann rufen alle Menschen. Und wenn er kommt, dann rufen alle Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020